Im Wege steht die aggressive Haltung Putin Russlands nach außen aus innenpolitischen Gründen. Dass wir Deutsche und Europäer interessiert sind an einer Partnerschaft mit Russland, die ist wichtig, die ist für unsere Länder wichtig, aber auch weltweit zur Begrenzung von Konflikten. Was steht dem im Wege? Boris Nemtsov ist ein Symbol eines Freiheitskämpfers, der für seine Überzeugung gestorben ist.